Moin! Steam Winter Sale und wieder ein schönes Spielchen. Ich mache hier wieder ein Angespielt. Hard easy. Puh. Machen wir mal easy, das soll ja eh nur ein Angespielt soll. Kein ernsthaftes Spielchen. Oh nein, ich will doch nur den Sound da erstellen. Oh Gott, jetzt kann man die Quads nicht wegklicken. Oh Gott, das war eine Falle. Scheiße, Alt F4 bis gleich. Alt F4 geht auch nicht. Dann Ström Alt entfernen. Oh Gott, oh Gott. Da. So, da verlassen wir uns wieder ein schönes Spielchen vom Steam Sale, die eine Minute vorher ignorieren wir einfach mal. So. Easy. Okay. Ah, er wurde übernommen. Die Steuerung ist schon mal scheiße. Hä? Wieso? Hallo? Na, ich kann es nicht leiser drehen, sorry. Sorry. Ich hoffe, das Spiel ist ein bisschen besser als die Steuerung, weil, ja. Hm, naja. Ein Horror-Adventure, glaube ich, ist das. Hey. Ja, ich habe so ein Gestöhne. Ein Gestöhne hier. Ja, ist aber auch mal langsam gut hier. Jetzt ist es mal ganz so gut hier. Wir wissen, dass das Spiel Dark 4 Lost Souls heißt. Können wir jetzt mal mit dem Spiel anfangen? Oder wie wäre das mal? Wir haben doch keine Zeit. Boah. Ah, jetzt kann gleich das Handy klingeln. Und? Ach, das war das? Aha. Vorm Echo. Der Inspektor. You are not alone. Punkt. I am near. Ja. Was auch immer. Irgendwie ist hier alles dunkel. Hm. Habe ich da vielleicht ein Licht? Ah. Okay. Ein Fein habe ich aufgesammelt. Was habe ich denn noch? Licht, Mail, Speicher. Das muss Speicher sein, oder? Empty. Mal gucken. Hallo, Speichern. Oh Gott, das finde ich jetzt heraus, wie das Speichern funktioniert. Also, da gibt es nichts. Okay, Speicherfunktion ist schon mal scheiße. Das Menü ist scheiße. Dann können wir da echt wohin. Ja, da. Jetzt mal gucken. Wenn ich jetzt da lade, bin ich dann wieder... Hm. Hey, komm schon. Wieso funktioniert jetzt die Speicherfunktion nicht? Also, wenn ich schon spiele, dann will ich es auch durchspielen und nicht nur, äh... Auch wenn ich es jetzt nur anteste. Ich will es ja dann danach weiterspiele. Hm. Oh Gott, wie denkt sie so ein Scheiß aus? Ich will jetzt eigentlich nicht nach unten gucken. Also, solche Frustration-Momente muss man halt einfach auch mit aufnehmen, weil, ja, das gehört halt dazu. Wieso kann ich... Ich kann da nichts eingeben, aber den Speicherpunkt... Wieso geht es nicht? Also, das müsste ja laden sein. So, easy. Ich bin hier so der Rätseltyp von daher. Hm. Oder kann man da einfach noch gar einen Speicher? Ja, das ist halt jetzt wieder so eine Frauche. Was ist das? Na, ich schau mich einfach mal um. Ich glaube, wir suchen echt jemand, wo vermisst wird. Habe ich, glaube ich, in der Spielbeschreibung gelesen. Still missing. Ami, hafen, still missing after five years. Dispon for a night marks the... Blah, 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 blah... The first, 11th birthday. Hm. Ami blamed for town's misery. Ah, da kann man auch noch ranzoomen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Dann kann man es auch gut lesen. Kann man vielleicht jetzt mal speichern. Okay, keine Speicherfunktion für uns. Und jetzt haben wir noch einen Fuss aufgehoben. Oder ein Bein, was auch immer. Have you seen this girl? Ami, hafen, went missing from TowerTel and Play. Area after leaving school at 4 p.m.? Anyone with information should... Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Oh, die Karte ist schön. Poor Ami, it wasn't me, it wasn't your Mr. Burns. I am your friend, your only friend. I could never hurt you. They know that now. Where are you, little Ami? My thoughts are with you. Dispound Fire Night. Und dann kann man da noch was machen. Kann man vielleicht die Kerzen anmachen. Na, wozu auch? Missing Seen this November... Hm. Haha. Puzzle Action. Okay. Also, wie gesagt, ich spiele jetzt erstmal auf einfach. In der schweren Version für die Rätsel, Leute, wird es wahrscheinlich schwieriger sein. Ah. Komm, schau. Hm. Ah ja, da geht's weiter. Da wird ein Schuh draus. Und ich hoffe mal, die Speicherfunktion bekomme ich noch irgendwie heraus, wie die funktioniert, weil dann... ...wär das irgendwie toll. Oder? Hm. Hm. Ah ja, da... Das sieht gut aus. Nein, jetzt habe ich... ...kurs bevor ich fertig war, weggeklickt. Nein. Na ja, noch mal Zusammenbau. Oder da... So, du warst... ...weiter unten. So. Da, da, da. Ja, komm, schau, komm, schau. So. Da, ne. Da muss noch irgendetwas. Alter. So, jetzt aber. Können wir nochmal? Ne, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt mal gucken. Ich möchte aber irgendwie mal speichern. Hey, ich möchte aber irgendwie mal speichern. Na ja, speichern ist wohl nicht. Dazu hat das Geld nicht mehr gereicht bei der Entwicklung. Hm. Äh, vielleicht... ...kann ich den Brief anschauen, Aya. Kann ich den Brief anschauen, Aya? Ich blöse dich. Ich will immer. Du hast all die Hoffnung, dass ich mich gefunden habe. Ich hoffe, du wirst in hell. Du kannst nie wissen, wie viel Dämpfung du hast und die Fabrikation haben diese Familie getötet. Okay. Hm. Dahinter kann ich anscheinend nicht. Kann ich vielleicht da mit meinem Bein irgendwas machen? Hm. Hm. Mysterious, das ist mysterious. Äh, ja. Dann zu nochmal. Lan, lan? Quatsch. Das haben wir ja auch schon angeschaut. Das haben wir ja auch schon angeschaut. Hm. Vielleicht ist da im Wach noch irgendwas? Willst du was klinken? Nein. Ja, I don't know, das lasse ich halt an solchen Spielen, wenn man dann immer weiterkommt. Das lasse ich halt. Und ich komme gerade nicht weiter. Keine Ahnung. Kann man vielleicht da was machen? Ein paar Tabletten schluck. Ein Bein rein, sehe ich. Nein. Bein kombinieren. Hm. Nix, nix, nix Ah komm, trinken wir doch mal einen Schluck Vielleicht auf dem Handy echt was You are not alone I am near Hm. Joa, pfuh. Also wenn ich der wäre, würde ich doch mal dahinter laufen. Vielleicht ist da ja irgendwas, aber... Geht ja leider nicht. Hm. Tja, das war es dann mit dem Angstspiel. Ich komme leider nicht mehr weiter. Hm. Hm. und speichern geht leider auch nicht in dem spiel ich kann nix eingeben da bei mir ist ja das ist halt ja was soll ich jetzt auch es ist halt wenn man bei so ein spiel nicht weiter weiß und ja und wenn man auch nicht mal speichern kann warum auch immer ist das halt irgendwie scheiße ich würde jetzt gerne weiter kommen noch was von dem spiel zeichen können aber ich weiß nicht ich weiß nicht herr gen d v v v Oh, oh, oh. Ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss. Wenn euch solche Spiele gefallen, kaufen wir nicht, dann halt nicht. Mir gefallen solche Spiele zwar auch, aber ich hasse es. Ich habe jetzt keinen Plan, wie ich weiterkommen kann. Genau das hasse ich an solchen Spielen. So von der Spielart an sich finde ich sowas toll, aber wenn man dann gleich am Anfang nicht weiterkommt, ne. Das war was von zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Ja okay, ich kann nichts machen. Ich komme immer weiter dann. Ja, das war ein kurzes Angespielt. Ja. Danke fürs Zuschauen und das war jetzt zwar ein langweiliger, aber ich kann es jetzt auch nichts dran ändern. Dann mache ich Quid, weil Speichern geht ja nicht. Speichern. Saving the game is not possible because it's bugged. If anyone see it will make the game, why can't I save my game? I can do nothing with my keyboard. I can save the shit. I don't know why. Okay, thanks for watching and goodbye. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020